Guten Abend, willkommen zurück zu Gothic 3. Tree, dry, gut. Dry, 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 dry. Und wir tanzen jetzt ein bisschen hin und her, dry, dry. Yeah, baby, ich hab so viel zu. Also, apropos swag, wir wollen jetzt erstmal nochmal raus. Netzigungsweise rein. Äh, was? Was redet du da, Maddy? Komm mal klar, jung. Dich hab ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Ich bin ein schlimmster Albtraum. Was machst du hier? Ich bin der Alchemist der Stadt und sehr beschäftigt. Ja, geile. Verkauf mir deine Tränke. Kannst du mir Alchemie beibringen? Tu etwas für mich. Dann werde ich sehen, was ich für dich tun kann. Na gut. Verkauf mir deine Tränke. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich jedem Dahergelaufenen meine Ware verkaufe? Dafür wirst du schon etwas tun müssen, Meister der Dreistigkeit. Zummer. Was willst du? Ich brauche einen Sack voll Zutaten für meine Arbeit. Besorge mir ein Dutzend Heilpflanzen und wir kommen vielleicht ins Geschäft. Hier, nimm. Wo finde ich Heilpflanzen? Schau mal oben am Leuchtturm. Gestern habe ich dort einige gesehen. Warum rennst du fett, die denn nicht selber mal zum Leuchtturm? Unerträglich sowas hier, ne? Unerträglich. Na gut. Zum Leuchtturm wollten wir auch bald. Aber erstmal müssen wir Wölfe jagen. Wölfis. Jeder liebt Wölfe. Ich liebe Wölfe. Du liebst Wölfe. So, wieder Wölfe. Hallo, Wölfis. Was seid ihr denn? Hadek. Was ist klar bei dir? Die haben ja alle Namen, das gibt's nicht. Die haben die wahrscheinlich nur so mit Vokalen und Konsonanten so ein bisschen gewürfelt und auf einmal... Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Was treibst du dich hier rum? Was treibst du dich hier rum? Hey, Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also. Hast du was Feines da? Klar. Ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Nein. Schade. Na ja, macht nichts. Dann muss ich wohl die Pflanzen essen. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Na gut, aber? Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann. Du hast recht. Ich bin Sklave. Ich habe es aus Kap Dun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Mhm. Na gut, dann brate ich dir jetzt erstmal einen Schnitzel und bringe dich dann wieder zurück zu deinem Besitzer. Ist das ein Plan? Ach, guck mal. Den habe ich noch nicht ausgenommen. Mensch. So, wo haben wir denn hier mal eine Feuerstelle, wo ich mal ein bisschen was braten kann? Hier, reicht das hier? Nein, nein. Nein, das ist nicht WoW. Das reicht nicht. Lagerfeuer. Wo ist Fleisch? Alle. Das ist mal eine sinnvolle Neuerung. Jetzt habe ich so vieles Gebratenes mit. Guck mal hier. Gleich viel leckerer. Lebensenergie plus 20% ist gar nicht mal so wenig. Das heißt, fünfmal ein Hebschen nehmen und dann ist man wieder voll. Ist sehr gut, wenn man länger auf irgendwelchen Wildnistouren ist. Dann kann man da ganz locker flockig sich so ein bisschen verköstigen. Hi. Ich habe Fleisch für dich. Super. Danke, Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Ja. Wie wäre es, wenn ich mal damit anfange? Ich bringe dich jetzt wieder zu deinem Besitzer, Gamal. Ach, scheiße, ey, Mann. Bleib ganz ruhig. Ich bin nicht auf Ärger aus. Lass uns reden. Was will er mir denn sagen? Was hast du mir zu sagen? Ich komme aus dem Nest hier und es gibt bestimmt einiges, womit ich dir helfen kann. Also, willst du die paar lumpigen Goldstücke für meinen Kopf oder hilfst du mir hier wegzukommen? Kein Interesse. Keine Widerrede. Du wirst mir jetzt folgen. Na schön. Wenn du dich nicht erweichen lässt, werde ich tun, was du sagst. Ich bring dich weg. Gut. Gut. Gut, sagt er. Yay. Uiuiui, ich werde wieder in Leib-Eigenschaften übergegeben. Ja, ja, ja. Da freut sich ja jeder drüber, ne? Zehn von zehn. Supergeil. Hallo. Ah, mein Sklave. Sehr gut. Wer weiß, was er sonst noch für Ärger gemacht hätte. Hier, diesen Sack Gold hast du dir verdient. Und wir beide unterhalten uns später, Freundchen. Erzähl mir mehr über euch Sklavenjäger. Um als Mensch bei den Orks im Ansehen zu steigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst um Ruhm und Ehre in der Arena kämpfen oder ihnen auf andere Weise dienen. Wir Assassinen der Wüste besorgen ihnen frische Arbeitskräfte für die üblichen Arbeiten und ihre Ausgrabungen. Wonach graben die Orks? Ihre Ausgrabungsstätten sind überall im Land zu finden. Wonach sie genau suchen, fragst du sie am besten selbst. Na gut, aber... Ihr Assassinen seid also nichts anderes als Söldner der Orks. Am besten du besuchst unsere Städte in der Wüste selbst einmal, mein Freund. Dann wird dir schnell klar, welche Rolle das Volk der Assassinen in dieser Welt wirklich spielt. Ihr seid die Babos. Ich merke das schon. Yay! Yay! Ich laufe über den Topf. Ich laufe über den Topf. Ich renne und springe über den Topf, Topf, Topf. Dankeschön. Hm, nein. Oh, nein. Dann nicht! Mann! Dann halt nicht. Guck mal, das sieht auch schön aus hier oben, ne? Hm, schön mit so Fliegen dran. Ja, ehrlich, wenn die jetzt wenigstens in der Nacht leuchten würden, dann würde ich das ja noch verstehen, aber so. Ach, guck mal eine an. Hier haben sie Heilpflanzen. Stehen wir was drauf auf den Grabstein? Nein, leider nicht. Chance für ein Easter Egg, Vertan. Okay, was ist hier? Noch mehr als der sichere Tod, oder? Hm, ne, scheinbar nicht. Gott. Wäre jetzt beinahe hier runter gesegelt, ne? Heilpflänzchen. Heilpflänzchen. Halbpflanze. Heilpflanze. Danke schön. Danke. Das ist auch sehr gut, danke. Und... Ja, komm, nimm mit! Mann, was ist denn das für eine Hitbox hier? Äh, und das hier noch. Hallo? Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Das ist schon gefährlich, ne? Da muss man nur ein bisschen ins Taumeln geraten und auf einmal... Brrrrrr! Pff! Ich will zurück ins Kornfeld! Äh, ja, 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 ja. Ja, ja. Gib, 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 gib. Gib! Danke. Hi. Speer. Arok! Och Söldner, och Söldner, och Söldner. Fahre die. Fahre die Urlaub. Halt! Keinen Schritt weiter. Warum nicht? Lass mich vorbei, ja, dann haut er mir eine. Ich rede am besten mal mit Arok. Der hat einen coolen Namen, der muss wichtig sein. Arok. Na, Arok? Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Seit Jür, um meine Tanzschuhe zu putzen. Was kann ich in der Arena gewinnen? Der Champion der Arena bekommt ein Schwert. Verlierer bekommen gar nichts. Ja, dann mach ich das. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Zu Anfang werde ich deinen leichten Gegner schicken. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, sehen wir weiter. Wir soll ich geben werden deine Bord. Was muss ich jetzt tun? Geh in die Arena und kämpfe. Wenn du sie verlässt, hast du verloren. Na gut, warum nicht? Moin! Zeig mal, was du drauf hast. Besuch deine... Na, das ist ein einfacher Gegner, ne? Ja, moin! Ein bisschen easy. Easy peasy ist er hier. Er mit dem Schild, das Feige. Also ist jetzt... Vielleicht soll ich mir auch irgendwann mal für die nahe Zukunft überlegen, ein Schild zu benutzen. Warte mal, was ist, wenn er die Arena verlässt? Ist er dann auch raus? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Hallo! Double Attack! Feige! Jawoll! So, dein Schild gehört jetzt mir. Deine Kohle auch. So, her damit. Rüstung, Schild. Fehlendes Talent-Schild-Parade? Was ist das für ein Unsinn? Du hast gewonnen. Aber dein Gegner war mein. Also, bilde dir nichts ein. Wenn du willst, schicke ich dir einen guten Gegner. Der war doch gut. Der hat's mir voll verplättet hier. Fadi. Du Mistkerl. Bist verdammt gut. Respekt. Du wirst es bei den Gladiatoren weit bringen. Du bist auch so ein kleiner Mistkerl. Weißt du das eigentlich? Wie redet der? Wie talkt der eigentlich mit mir? Ah. Das kann man doch nicht machen. Hallo. Und tot. Da hab ich mich jetzt so ein bisschen geärgert, wenn ich jetzt hier gestorben wäre. Ja, der alte Bug bei Gothic 1, der ist ja leider nicht mehr hier vorhanden. Das ist schade. Gamal Sklave ist wieder da. Er hat nur Gutes über dich zu berichten. Geil. Sind die Orks nicht zufrieden? Nein. Wir wissen nicht, was wir ver- Na, hol mal raus hier. Gut. Ja. Dazu bist du noch nicht bereit. Sieben Stärkepunkte fehlen. Du hast nicht genug Gold. Was? Ich hab... Das halte ich ja für ein Gerücht. Hier. Ich habe die Heilpflanzen, die du wolltest. Und die kann ich auch gut gebrauchen. Yay. Gehörst du auch zum Wüstenfolg der Assassinen? Ja, ich bin ein Assassine und eines Tages werde ich in die Wüste zurückkehren. Die Küste von Mittelland ist mir einfach zu kalt und unbeständig. Ich brauche den heißen Sand unter den Füßen und die brennende Sonne auf meiner Haut. Na gut. Verkauf mir deine Tränke. Gut, dann lass mal sehen, wie viel Gold du hast. Gar nichts. Das ist tatsächlich ein kleines Problem gerade. Äh, warte mal. Oh ne, das ist nicht besser. Die Fähre sehen wir die E-Mail besser. Äh. Als Schildparade will ich eigentlich gar nicht. Äh. Äh, ja. Hier hast du. Guck mal hier. Alles cool. Ah, drei von den Rohlingen brauche ich sowieso nicht. Hier ist was zu kiffen. Das ist auch wieder ein fröhlicher, kleiner, dicker Kelle. Okay, Mensch, hier eine Hake. Kann ich die als Waffe benutzen? Warte mal. Nein. Da steht Schmetterschaden 15. Wieso kann ich denn hier... Das ist ein roter Hering, Freunde. Ja, ihr seid alle zufrieden mit mir. Ja, ja, ja. Ich weiß. Das wird... Gut. Gut so. Stärke plus 5. Jetzt bin ich stärker. Jetzt kann ich nochmal in der Arena kämpfen. Habe ja beim letzten Mal einen Erdrutschsieg davon getragen. Ja, das... ...lässt sich so wiederholen. Wo ist denn hier mal ein Bett? Leute, ich will schlafen. Leute, gute Nacht. Ja, hab... Was ist denn jetzt hier mit Klauen? Wie wäre das? Machen wir das mal. Nein. Ja, guck mal einer an hier. Das ist gar nicht so gut. Na? 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 Was hast du da drin gemacht, hä? Das geht dich gar nichts an. Mhm. So, ist hier noch irgendwas? Äh. Buchständer. Hier steht was über Alchemie. Yay. Dann macht das ja doch Sinn, die alle mal zu lesen. Nimm alles. Hier, das auch. Silberpokal, Schatulle. Viel Gold. Silberpokal. Ich find's ja doch ein bisschen befremdlich, dass ich hier von niemandem Ärger kriege für meine Taten hier. Was willst du denn noch? Verschwinde einfach. Ja, der mag mich nicht, ne? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hm. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hm. Was ist das mit dem Ding denn? Aber wir haben zu wenig Geld dafür. Obwohl, warte mal. Äh. Ah, guck mal hier. So. Das ist den besseren, ne? Klingenschaden. Fünf. Oh Gott. Hier. Guck mal. In die Waffe weg. Ja, hier. In die Waffe weg. Hä? Warte mal, was ist... Ach so, ich muss das noch in meine Leiste ziehen. Dann packe ich das mal auf die Zwei. Weg mit der Waffe. Weg mit der Waffe. Ich weiß jetzt nicht, ob wenn das vergiftet ist, könnte es sein, dass ich da in der Arena ein bisschen Ärger kriege, wenn er da am Boden liegt und ausblutet. Ich versuche es einfach mal. Mal gucken. Nö, dö, 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 dö. Das ist lustig. Bei diesem Spiel habe ich nämlich überhaupt keine Ahnung, was ich so machen kann, machen soll und müssen null. Ich hoffe mal nicht, dass das für euch ein Problem ist. Und wenn doch, dann ist es mir auch relativ egal. Gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen. Du kannst kämpfen. Ja. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geil. Geh in die Arena. So. Da dem Hock. Hier. Komm her, Möschchen. Was ist hier eigentlich los? Den haben wir noch nicht mal getroffen. Das ist hier mit ihm nicht richtig. Das steht auf Vergiftet. Das ist gar nicht vergiftet. Das sind Lügenden. Wir können ja, du Fürstchen. Oh Gott. Jetzt bin ich weinahe rausgegangen. Also. Nö, mal ehrlich jetzt. Der davor war stärker. Ja, gib mal her. Na, Jungs. Alles fit? Hab gewonnen. Ich habe gewonnen. Ganz easy. Du hast gut gekämpft. Es gibt keinen mehr, der gegen dich antreten will. Du bist der Champion. Das hört man doch gern. Da bekomm ich einen Preis. Ja, dieses Schwert. Trage es mit Stolz. Es ist eine gute Klinge. Bereit Schwert erhalten. Ist das gut? Das ist nicht so gut wie das Assassinen-Ding hier, ne? Also das ist ja schon eine richtige Nummer. Oh, wer von euch war das? Borg-Söldner? Nee. Du warst das doch. Gut gekämpft, Fremder. Der letzte Scheiß. Der letzte Scheiß. Wie sieht es eigentlich aus? Also, ne? Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss!